Musik 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 Nein ich hab mein Hängelalter Hüftenschwinger Schwing die Hüfte Schwing die Hüfte Mit den Schwinger Links da gehen ALDA 1,2,3,4,5 Mit uns 6 stück 7,8 Dreh ab oder geh hin Keine Materialien mehr Der ist draußen Musik Er lohkt in meines Schneeballwerfer Also meine..Mann In meine scheiß Kugel rein Nein er holt diese Finte Musik Musik Ich habe jetzt auch mit umgepackt glaube ich Musik 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 Ich verstehe nicht, wieso er nicht drauf geht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie er nicht drauf gegangen ist. Hast du gesehen, wie viel ich runter geschossen habe? Ja. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Lo, der Busch einfach. Das ist der Busch. Das war der Busch. Wie doof kann man denn so? Wie bitte? Da liegt ein Erdschau vielleicht von dir. Wo sind wir dir jetzt? Ja, ich unbedingt gleich. Wie doof kann man denn nur sein? So, fünf Raketenwerfer für vier. Jetzt geht's richtig ab. Ist es einer? Ja, da ist tatsächlich einer. Oh. Gegen sich bestimmt auch. Das hatten wir an, dass er sich hier schießen kann. Oh. 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 Mein Controller ist aus. Der ist halt so scheiße. Oh. 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 Aber ich muss mich hier raus bauen. Ich seh ihn. Das ist so geil. Einen epischen Raketenwerfer erst mal genommen. Hier noch einen Schilddrang. Kannst du ihn mitnehmen? Dann pack den... Ja, dann pack ich von 3... Das sind 15. Ja, ich hab Medi-Kate. Achso, ja, okay. Ich sag ja, 4 Raketenwerfer ist einfach nur krank. Die Gehten haben keine Chance. Ich hab auch vorhin 3er-Teams geholt und alles. Hast du grad gesehen? Irgendwie spielt der Modus nur schlechte Spieler. Die wissen einfach nicht, hier um den Dreck. Nee, nee, ich hab keinen gesehen, der 4 Raketenwerfer hat. Ich hab vorhin den Spielmodus getestet, hab so gedacht, hm, 4 Raketenwerfer ist doch eigentlich eine geile Lösung, weil das mach ich mit Pumpguns ja auch so. Wenn ich Pumpgun hatte, dann kann ich auch eine Doppelpumpgun nehmen. Und dann hab ich das dann mit Raketenwerfer gedacht und das hat noch keiner benutzt. Das ist halt so ne geile Taktik. Und Wetten, Wetten in 5... In, ähm... Hier, in 5 Minuten muss ich schon sagen. Morgen oder so, morgen grenzen alle mit Doppeltraketenwerferung. Ja, ich kann's dir sagen, das kommt morgen so. Weil die ganzen YouTuber das machen. Ja, ich platz ja auch hoch. Ja. Like, äh... Nee, liken nicht, wenn man, wenn man verliert. Dann, dann, dann sollte man irgendwie... Nein, dislike ist auch blöd, weil man, weil dislike man ja dann einfach nur deswegen. Deswegen, dann sollte man einfach de-abonnieren. Sagen wir's mal so. De-Abo oder ein Abo? Ist auch mal schön. Hier, guck mal, hier kannst du still stehen bleiben. Und ich... Hör auf mit den Scheiß. Ich schieß... Einmal noch. Mach! Hast dich erschrocken? Willst du mal... Willst du ein Rocket Ride machen? Da oben ist einer, oben ist einer 60. Ja, ich seh. Oh, der schießt, der hat uns gesehen. Warum hat die denn da Party? Boah, hätt... Dann hätt ich nicht gebaut, der hätte ich totes. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Bau dich ein. Das war's, ne? Da kommen auch welche hinter uns. Wahrscheinlich. Da, wo wir hochgekommen sind. Ich reib mich dann mitten in der Schneeballwerfer abgerufen. Da! Ja. Das ist so ein geiler Modus. Oh, ich hab getroffen, Alter. Ich hab getroffen. Nice. Wow! Die Raketen gehen so ein bisschen an mir vorbei. Aber das ist so geil mit den vier Raketenwerfern. Da kannst du mir sagen, was du willst. Da kannst du niemals verlieren. Niemals. So, wenn das jetzt einer auf YouTube nachmacht, dann, dann, dann ist das mein... Das, 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 das ist unverschämt. Das ist meine Idee. Ich bin der erste, der darauf kam. Ja. Auf jeden Fall. Ne, aber ehrlich. Ich hab mir das immer ausgedacht vorhin. Ich dachte so, hm. Warum nicht? Klappt doch bestimmt. Und was passiert? Zwei Runden hinter einer gewonnen. Und jetzt sogar noch die dritte. Bis auf manchmal ein Fail oder so. Weil er, weil er jetzt gelegt hat. Oder, oder. Hihi. Man hatte keine Raketenwerfer. Ja, ja, ja. Unter uns. Wer läuft hinterm Berg? Wer ist hier vom Hügel? Wir könnten runtergehen und den holen, wenn du willst. Oder wir bleiben hier oben. Es ist egal. Wir könnten hier auf die Feuer fahren. Ja. Boah. Oh. Oh. Alter. Alter. Ich wusste es. Ich hab nur drauf gewartet. Oh. Oh. Ja, dann hol ich mir das mal eben. Meine Kontrollarten. Hörst du mich noch? Hallo? Och nein. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Du löst automatisch. Ich bin rausgeflogen. Ja, du fliegst jetzt raus. Ja. Das hat mein Kuhwerk gebackt. Mein Kuhwerk auch gebackt. Das ist ein Witz, oder? Abonniert wird? Das spiel. Das ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz, oder? Untertitelung des ZDF, 2020